So Leute, herzlich willkommen im Prozessawolten und heute ist es soweit. Endlich geliefert nach sechs Wochen, mittlerweile hat es schon fast sieben, mein neues Headset Virtuoso RGB Wireless SE von Corsair. Das Hammer-Headset von Corsair und ich konnte es schon mal vor ein paar längerer Zeit ausprobieren bei einem Kumpel und ich muss euch ganz ehrlich sagen, vom Sound her unschlagbar. Aktuell arbeite ich mit einem Headset von Sennheiser, ich höre mir viel Musik am PC an und dieses Headset hat sogar das Sennheiser um Weiten geschlagen von der Klarheit, von der Bassigkeit, von der Abgestimmtheit. Wirklich top, aber lange Rede, kurzer Sinn, holen wir es raus. Alles schön, saubere Verpackung. Und da ist es auch schon. Aluminium, wohin das Auge schaut, könntest du ja recht schön sehen. Corsair Virtuoso SE, 300 Gramm schwer, bringen wir es mal in Position. Sehr gute Verarbeitung, also wirklich hervorragend verarbeitet, könntest du es hier drehen und da ist ein sanfter Widerstand drauf, was sehr angenehm ist. Könntest du es auch in der Länge verstellen. Und zwar habt ihr da eine saubere Eskalierung drauf, dass ihr es auf euren Kopf anpassen könnt. So, das erste Mal zum Headset selber. Dann ist mit dabei eine wunderschöne und sehr hochwertig verarbeitete Tasche mit dem Corsair-Logo. Da könntest du es dann ein, wenn es zum Beispiel zu einem Kumpel geht, zum Zocken. In der Netzwerksession. Sehr schön verarbeitet, wirklich. Ja, da haben wir immer, Schnellanleitung, jede Menge Papier. Brauchen wir jetzt nicht extra Zorgen, das kennt ja jeder. So, dann ist noch ein ganzer kleiner Karton mit dabei. Die mache ich natürlich jetzt auch mal auch für euch. Hoppla. So, was ist da noch drin? Einmal Klinkenstecker, wenn sie das mit das Headset am PC betreiben wollen, ohne Wireless-Verbindung, sondern direkt mit Kabel, dann ein sehr hochwertiges Mikro, dazu später noch mehr. Das hat nämlich ein schönes Gimmick, was für mich auch ein Kaufargument war. Natürlich ebenfalls aus Aluminium. Sauberste Verarbeitung. Dann der USB-Sender oder Empfänger. Ihr braucht es jetzt nur einstecken. Headset verbindet sich automatisch. Ihr braucht da nichts installieren, nichts konfigurieren. Ihr kennt es dann über die IQ Software, nur sauber eurer Soundprofil und eure RGB-Beleuchtung auswählen. Kennst du also nicht ganz individuell auf eure Bedürfnisse, ich abstimme. Und dann einmal ein Ladekabel, wo du dann das Headset quasi aufladen kannst. Mit einer Ladung soll es zwischen 18 und 20 Stunden aushalten, also auch für längere Gaming-Sessions, sollte es kein Problem sein. Kostenpunkt, aktuell bei Alternate 199 Euro. Es ist nicht das billigste Headset. Stopp, da will ich euch noch was zeigen. Da haben wir gerne mal das Mikro raus. Aber ich muss ganz ehrlich, von dem Sound her, habe ich sowas noch nicht erlebt. So, hier unten zeigt sich jede Menge Anschlüsse. Hier ist die lauter Leiser-Taste und die hat auch einen sanften Wieserstand. Also wirklich sehr angenehm. Ladeanschluss, hier schalt es das Ganze dann quasi ein. Habt ihr an der Seite natürlich eine RGB-Beleuchtung, die wird sehr individuell in der IQ Software auf eure Bedürfnisse abstimmen könnt. Links sowie rechts. Das ist natürlich alles Aluminium, da ist noch so eine Schutzfolie drauf, die kommt dann noch runter. Wenn ihr das Headset ablegt, nach 10 Minuten schaut ihr das automatisch aus. Und wenn ihr das wieder aufnimmt, beziehungsweise bewegt, schaltet es sich wieder automatisch ein. Eine sehr gute Sache. Jetzt steckt man mal das Mikro an. Da ist nämlich eine Sache, die ich euch zeigen will. So, netzer. Seht ihr das? Diese LED da vorne, die habe ich so verdammt geil gefunden. Denn das schaut so richtig schön spacig aus, wenn man es da sitzt und zockt. Gefällt mir sehr gut. Die LED ist an der Seite, die RGB-Beleuchtung, beziehungsweise und hier. Jetzt ist kein Empfang, deswegen blinkt diese LED rot. Später, wenn ihr Empfang habt, dann ist sie grün. Oder auch Regenbogenfarbig, habe ich schon gesehen. Das kann man dann alles sauber in der Corsair-Software abstimmen auf seine Bedürfnisse. Ihr habt es da unten am Mute-Taster. Hier. Das heißt, wenn es einmal kurz eurer Frau schreitzt oder was und es soll dagegen Partner mitbekommen. Kurz mal da drauf drücken und dann ist quasi das Mikrofon gesperrt. Nochmal drücken, dann ist es wieder offen. Ja, wir haben jetzt keinen Empfang, deswegen leuchtet das aktuell. Ich kann jetzt den Empfang gerade nicht einstecken, weil sonst wird meine Aufnahme mit meinem aktuellen Mikro mit dem Rode-NTS-A unterbrochen. Natürlich ganz klar, dass dieses Mikro, und das ist ja sehr hochwertig, ich glaube, das ist das hochwertigste Mikro, was man überhaupt in ein Headset bekommt. Dass dieses Mikro nicht so gut ist, wie das Mikro mit dem, wo ich jetzt aufnehme. Ich nehme aktuell mit einem Rode-NTS-A auf. Das ist natürlich einfach klar, was wie gesagt, wenn ich ein Let's-Play spiele und ich muss permanent mit dem Oberkörper immer nach vorne beugen und genau in das NTN-A aussprechen, das hat mich genervt, dass das immer von meinem Gesicht rumhängt oder rumsteht, dass ich gehe nicht auf Tastatur hin. Und mit dem Headset kann ich mich jetzt frei hinsetzen und spielen und habe nichts vor meinem Kopf. Dass der Klang von diesem Mikrofon natürlich nicht so gut ist, wie mit dem Mikro, wo jetzt einfach mal ist, ist ja klar. Ja, ist ja logisch. Aber der Klang von diesem Mikrofon ist für ein Headset ausgesprochen sanne. Also wirklich top. Werdet ihr so fast nirgendwo finden, dass ihr so einen Klang, Mikrofon und Headset habt. Also wie gesagt, von mir eine ganz klare Empfehlung für Gamer und auch für Let's Player, die, die die ganze Zeit in einem Mikro sprechen wollen. Nach vorne oder die, die einfach einer Vorsicht fällt auf dem PC frei haben wollen. Ja, das kann ich euch nur empfehlen. Ja, in meinen nächsten Let's Plays werden wir dann auch einen Soundtest machen. Ich werde es dann ansprechen, werde es aber dann auch hören, wenn ich dann mit einem neuen Mikro quasi aufnehme. Ja, und ja, das ist in dem Sinne das Review zu dem Headset. Und in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht es gut, ciao, bis zum nächsten Mal.